ja die leute und jetzt eine weitere folge von minecraft der leitzeit mann vor bei uns ist immer noch hier unten in der miene drinnen und ich habe etwas krasses gefunden m oren ist da kannst du mit dem doppel wohnert tauschen für sachen wo wir nicht haben sachen die wir nicht haben auch das da ist der Haken wer hat mit Kindern an der Kuh er hat eine ganze Aderuhr angefunden so gut war es aber doch das der Unterhaltung der Reaktion der Reaktion der Beruhrer hat der auch Hammer wird der Atomreaktor wo wir mal bauen werden auch wenn der mal hoch geht dann ist aber auch Schicht im Schacht das ist mir egal brauchen wir einen neuen so hinterart ja gemacht haben wir zumindest was zu tun ja aber das ganze gebiet ist radioaktiv was soll ich das weiste ja und ja und man stirbt schon nicht dann ziehen wir halt eine Rüstung an, mit der wir gegen Radioaktivität geschützt sind waren wir das auch geworfen? keine Ahnung, bestimmt haben wir doch schon gehabt, macht's man gibt eine ja aber es ist bestimmt aus Blei oder so, ich hab jetzt double-stacks Schienen dabei mal also ich weiß, dass es die komplette Natur außenrum zerfickt das wissen wir auch Bäume und so werden weggepustet tot verderben alles ist tot an der Umgebung prima verpiss dich, ich konnte nicht visieren, ich hab... alter, was war denn das denn? ja, ich hab' einen Back bitte sagen, wir haben noch eine Bronze Spitzhacke wieder in richtung zu hause wieviel stein haben wir noch 76.000 30.000 stein durch die jahr zu sagen wir hatten am anfang 93.000 das habe ich vor der aufnahme noch angeschaltet naja wir hatten gemerkt irgendwie haben wir keinen scrap mehr und wir haben 390.000 cobblestone ja auch die tor wie er sich ausschieben wird wenn sie mir das System findet ja so was kein in der Höhle in der Köln wie er sich er hat mich erinnert sie sind nicht wenn sie oben drüber geworfen weil nur wenn die unsere vier vorwissen unsere 4 4 mal 64 Felder Corbis Ding finden ihn finden bei 128 mal 128 Felder müsste man eigentlich was finden ja eigentlich schon also mein Inventar ist jetzt gleich voll ne mit Schienen mit nein mit allem irgendwas was ich dazu finde oh nein bevor er was Neues kraftet in den Ding guckt mal ob wir noch altes Zeug haben was wir weg haben müssen oder so das ist mir jetzt total zu mit irgendwelchen Alten zum nur einmal haben so angefangene Pickaxe wo ich beispielsweise mitgenommen habe angefangen Pickaxe kriegen wir auch ganz oft und irgendwas getroppt oder so zu mal nach Goldschwerter ja gut was wir letzten Mal die ganze Nähe ich weiß in der Messe Welt oder so was 400 500 Goldschwerter einfach verhindert und das grüne das macht die deutsche mit das soll ich einfach mal genau und einfach aber jetzt mal ragt oder so irgendwas dafür irgendwas gehaftet ja natürlich wenn man Werkzeug macht immer sagt hier und das kann man für nichts anderes gebrauchen ich klinge schön dass man es für was anderes noch gebrauchen wenn also Werkzeuge aber wir nutzen es nicht das ist nur für Werkzeuge echt warte ich guck mal so Saphir Queen Saphir was kann man aus Queen Saphir machen ein Queen Saphir Block eine Spitzhacke eine Schauf für eine Axt ein Schwert eine Hoe eine Sicherung eine Säge was und ein Sonic Screwdriver wirst du ein Schraubenschlüssel ja aber ich meine ob man dann vielleicht das irgendwie einschmelzen kann dass man irgendwas Liquid dann bekommen oder so nein also wenn dann auch wieder ein der Exklusion gehört so schön ein Schrei aus der Ferne und Boom ich bin jetzt runtergefallen da war ein Creeper gestanden da hat sich umgetreten gedacht der kommt explodieren wir einfach ich denke mir auch oft wenn ich dich sehe was denn das deine Mutter ne so komisch ist es ey ich hab wieder ein Emerald ein Erz Bleedoor jetzt wurde ich bin wieder fast bei dir Threadstone Tin Tin ne ich hab bisschen noch gelootet ja Blub brauchen wir nicht oder Blubeslazuli das hat richtig gut XP Kohle nehme ich auch immer mit kann man Diamanten draus machen Juhu meine XP ich hab wieder ein Emerald wie wie weiß ich nicht äh nein ich hab ihn äh wollen wir mal unsere Inventare irgendwie zusammenwerfen was hast du denn grad da oder warte mal ich könnte eigentlich auch probieren ob ich einfach ins Haus zu wlan hier irgendwo komm wenn ich nicht ein schnelles Hauslauch hier unten kriegst du es noch ich glaub grad zwar in die falsche Richtung ne ich hab ein No-Signal hier unten ja natürlich ist hier noch nicht schau mal auf die Mini-Wave 190 ne 83 Meter nur weg wenn du direkt unter das Haus läufstest du irgendwann ähm musst du so Signale haben was kann man aus Lidorm machen? hey ich hab ein Emerald ich hab immer die Dinger sonst ne ja ich will lieber Schienen eigentlich fahren statt Emeralds ja aber ich find keine Schienen mehr ja nur einen halben Stack bisher ja ich hab ein Saphir hier unten ist auch nichts mehr Creeper aber sonst ist böle yeah Telefonschuh Telefonschuh meinst du das nicht? er schlagt noch einmal zu mir ja ist das nicht aus das ist nur es wenn es sein das ist immer sonst natürlich ist es meins weil ich der einzige von uns beiden bin der einen Telefon am Schreibtisch hat warte Michael schon erzählt hast ich vielleicht mal vorbeikomme bei euch was hab ich mir nicht vielleicht ich will euch mal Lappen euch Lappen mal kennenlernen Lappen ja ich würd sagen eine ganz kurze Pause bis gleich